In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie dir der Co-Pilot von Microsoft dabei hilft, eine Zusammenfassung eines YouTube-Videos zu erstellen und daraus auch ein Quiz zu generieren. Ich habe hier mein Video über die Klima- und Vegetationszonen Europas auf YouTube geöffnet. Nun möchte ich mit Hilfe des Co-Pilots eine kurze Zusammenfassung erstellen. Dazu hast du wieder zwei Möglichkeiten. Entweder du öffnest hier am rechten Rand mit einem Klick auf das Co-Pilot-Symbol die rechte Seitenleiste und bittest den Co-Pilot direkt hier dir eine Zusammenfassung zu erstellen oder du kopierst dir den Link zu dem Video und wechselst auf die Webseite copilot.microsoft.com. Ich erstelle die Zusammenfassung nun über die Webseite. Fasse den Inhalt des Videos kurz zusammen und dahinter der Link zum Video. Ich schicke die Anfrage nun ab und erhalte eine sehr kurze Zusammenfassung. Möchte ich die Zusammenfassung etwas ausführlicher haben, kann ich den Co-Pilot einfach darum bitten. Mache die Zusammenfassung bitte ausführlicher und gehe auf wichtige Punkte ein. Du siehst hier, die Zusammenfassung ist zwar ziemlich gleich geblieben, allerdings sind die wichtigsten Punkte aus dem Video nun noch separat aufgeführt worden. Zu guter Letzt hätte ich gern noch ein Quiz zu diesem Video, um zu überprüfen, ob meine Schülerinnen und Schüler den Inhalt des Videos auch verstanden haben. Erstelle ein Quiz mit sechs Fragen und jeweils vier Antwortmöglichkeiten passend zum Video. Das Quiz wurde erstellt, allerdings habe ich diesmal nicht explizit darum gebeten, mir die richtigen Antwortmöglichkeiten zu markieren. Das möchte ich nachholen. Der Co-Pilot schlägt mir hier unten sogar schon drei Fragen vor. Kannst du mir die Antwort auf das Quiz geben? Also klicke ich hierauf und der Co-Pilot gibt mir nun noch die Antworten auf das soeben erstellte Quiz. Dieses Quiz kannst du mit dem Exportieren-Button nun herunterladen. Möchtest du aus diesen Quizfragen ein Forms-Quiz machen, ist das mit dem Schnellimport in Forms auch möglich. Das habe ich dir bereits in einem anderen Video gezeigt. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video zeigen, wie dir der Co-Pilot einiges an Arbeit abnehmen kann, wenn du im Unterricht Videos verwendest. Kurze Zusammenfassungen oder auch Quizfragen zu einem Video generieren zu lassen, ist eine tolle Möglichkeit, die dir der Co-Pilot für deine Unterrichtsvorbereitung bietet.